Yo! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dem ersten Feuerspiel auf meinem Kanal! Hey! Okay, ich hab die Brille auf, ich hab meine Controller hier in Hanti Oculus angeschlossen, ich hab das andere Mikro dran, endlich! Wer den Peter verfolgt, der hat vielleicht gesehen, dass wir bei ihm schon mal aufgenommen haben und ich da auch mit dabei war, allerdings mit einem anderen Mikro und ich hab auch aufgenommen, aber ich hatte meine Kamera angeschlossen und die nimmt nur 30 Minuten auf, deswegen ist sie jetzt direkt am PC angeschlossen und ich hatte ein anderes Mikro und ich hab das Spiel nicht aufgenommen, das heißt, alles ist schiefgegangen, was schiefgehen hätte können, aber jetzt sind wir heute da mit hoffentlich der ersten richtigen Folge, wir sind hier in VR. Ich hab natürlich schon ein bisschen gespielt, das heißt, ich bin nicht komplett ganz neu, aber wir gehen heute mal in den ersten Contact-V und VR, das heißt, wir gehen mal ganz kurz hier rein und dann sind wir da! Wow! Okay, okay, ich hoffe mal, ich hoffe, es funktioniert alles, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob alles funktioniert, aber ja, okay, das sieht crazy aus hier drin, das sieht wirklich crazy aus. Zu den Controllern, wir haben diese Oculus Touch-Controller, das heißt, ich kann zum Beispiel eine Faust machen, ich kann meine Zeigefinger nach oben strecken, dann sind sie auch ingame nach oben gestreckt, wenn ich die beiden hier drücke, dann mache ich praktisch eine Faust, ich kann nur hier vorne drücken, das sind praktisch Trigger, was noch? Ich kann meinen Daumen nach oben machen, kann einen Daumen nach oben geben, was ihr auch tun solltet, das heißt, wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben geben, aber ich habe wirklich viel Lust auf VR, okay, was können wir denn hier machen? Wir können eine Getränkedose nehmen, also manchmal ist es echt super weird, um VR zu sein, ich habe auch schon ein paar Mal irgendwas gehauen, aber wir machen einfach mal hier zu, okay. Ich habe ja auch so einen begänzten Spielbereich, dann sieht man, wenn ich zum Beispiel hier drüber gehe, irgendwo, genau, dann sieht man hier so diese Linie auf dem Boden. Hallo? Ihr seht aus wie Wall-E. Ich glaube, das ist Wall-E. Oh man, was ist hier unten? Irgendwelche Batterien, okay. Hallo? Sollen wir... Wow! Hat er da so... Ist er dem ausgewichen? Mann, ich glaube, mein Commentary ist schlecht, wenn ich das hier spiele. Äh, man, ich habe mich immer so begeistert gefunden von dem Ding hier, okay. Hallo, hallo, hallo. Wow, sieht das cool aus. Das ist so crazy. Warte mal, das Kabel ist gerade ein bisschen komisch, aber ich hoffe, es passt trotzdem. Wow! Es ist hell geworden! Warte mal, wie cool! Wow! Optical Receptors. Bist das du? Oh, guck mal, er grinst! Er lächelt voll. Okay, warte, warte, ich... Ja, gib mir eine Sekunde, okay, ich muss erst ein bisschen erkunden. Warum schwebt das? Okay, es soll einfach mal schweben. Computing. Ich weiß aber nicht, wie weit ich gehen darf, deswegen... ...habe ich immer ein bisschen Angst, irgendwo hinzulangen. Oh, da und okay. Occulator Module. Occulator Module. Hier. Ja, ich nehme es ja schon. Das kommt da rein. Was macht das hier? Gar nichts. Wow! Huh! Wow! Meine Hand ist gerade weggegangen. Okay, ich glaube, entweder sind die Kontrollen mehr oder die... ...die Sensoren sehen das Ganze nicht so richtig... Wow! Wow! Ist das cool! Ich habe gerade voll Gänsehaut. Müssen wir das wieder austauschen? Ja. Ja! Nimm! Nimm! Ey, guck mich nur so richtig... Wow! Ha! Lol! Okay, hier. Er soll das nehmen? Ich will mir die... Also, okay. Nächstes Ding hier rein. So, was ist das hier unten? Eine Autobatterie, ne? Ach, wir sind in einem... Oh! Wir sind bestimmt in einem... In einem Anhänger oder sowas. Oder so. Oh Gott. In einem Wohnwagen oder so. Ein Ratsche! Wie geil ist das denn? Und er freut sich wieder voll. Ist das cool! Das erinnert mich echt voll an Wall-E. Wo sie irgendwas... Oh! Und er lacht mich aus. Ich schlage ihm das Ding an. Oh, kann ich das wieder reparieren? Hey! Jetzt kann ich damit in die Luft irgendwas malen, aber es... Ich kann es nicht mehr... Oh! Oh! Warte! Nein! Ah! Boah! Es ist weggegangen! Okay, dann nehmen wir das andere Teil. Boah! Das war Schneeflocken! Ja! Du hast gerade so getan, als würdest du es auch haben wollen. Wie er sich freut! Das ist verniedlich! Ja, hier! Ja, ja! Hier! Das sind viele gewesen. Okay, was ist das? Pistole? Cube? Und was ist das hier? Eine Rakete? Ich will eine Rakete haben. Geh weg! Wir müssen hier aufräumen. Das muss hier alles schön bleiben. Hier ist voll kalt! Hier muss man immer eine Heizung anmachen! Gibt es das hier nicht? Oh! Rakete, geh weg! Oh! Was steht da? Ich soll dran ziehen! Oh! Wow! Ah! Ah! Oh Gott! Nein! Ich weiß nicht, was ich mit dem Mikro gemacht habe! Es geht irgendwo hin! Okay! Das ist... Das fühlt mich richtig aus! Okay, warte, nochmal! Die sind nach hinten! Bitte nicht wieder zurückkommen! Oh! Ah! Das ist so komisch! Ah! Oh, man hat keinen Körper! Ich habe nur Arme! Okay, genug Raketen! Warte, ich nehme mich mal weg! Weil vielleicht will ich ja später noch mit denen spielen, ne? Deswegen stellen wir die ganz kurz hier hin! So! Nächste Diskette! Warum sind die Schmetterlinge nicht immer noch hier? Okay, was macht er? Wahrscheinlich irgendwas von Würfel, ne? Wow! War das mein... Hör auf! Ah! Was passiert? Boah! Hä, war das so no gravity oder was? No gravity! Ja, hab ich verstanden! Ja, ich nehme ihn weg! Komm! Tut mir leid, dass er es in deinem Gesicht war! Aber was haben wir hier vorne eigentlich noch so? Okay, hier kann ich sogar... Ey! Na! Runter! Na, da ist eine Rakete! Was ist da drüben? Da drüben ist noch was von deinem Roboter! Und da ist ein Kopf von dir! Oh! Wow! Wie geil ist das denn? Oh! Das ist mega cool! Warte, oh! Ups! Nein! Warum? Das war gar nicht meine Pistole! Wo ist meine Pistole hin? Okay, ich will eine neue! Golden! Okay, warte! Ich will erst... Ich will erst zwei Pistolen haben! Ja! Ja! Okay, warte! Eine Pistole! Bitte nicht weggehen! Und noch eine Pistole machen! Hoffentlich lässt du die jetzt da! Ich will nämlich zwei Stück haben! Oh, du bist das Schmetterling! Geht das? Boah, vielleicht kann ich super viele von... Ja, es geht! Wuhu! Ey, ist das genial! Jetzt habe ich irgendwie richtig Lust, meinen Shooter zu spielen! Das ist voll akkurat eigentlich! Ich weiß, ich treffe gerade nicht, aber... Ich hätte gerne eine, die man mit zwei... Mit zwei Dingern hält! Das wäre cool! Cool! Yeah! Ja! Das ist so cool! Kann ich ihn abschießen? Er dreht nur seinen Kopf um! Oh, das sind ja keine Kugeln, das ist ja cool. Okay, hier. Goldene Oculus, du es könnte... Ne, warte noch. Was kann man denn noch machen? Hier ist ein Handschuh von ihm. Ha! Was macht das Ding denn? Die Sachen waren hier. Und was ist das? Ach, das ist so ein Dart, den ich geschossen habe. Hopp. Oh. Warte, das ist wahrscheinlich der Truck, in dem wir sind, oder? Oh nein, ich will dich anders haben. Ne, das geht nicht, oder? Ne, wir haben nur... Wir haben eine Tür. Oh, das sieht voll geil aus da oben. Ja, wir haben nur eine Tür, leider. Also kann das schon mal nicht von uns sein. Warte noch kurz. Ja! Was ist das hier? Rex Q, safe. Oculus 120. Habe ich irgendwo ein Laufwerk dafür? Oh. Ah. Okay, hier schon mal nicht. Ich glaube, die gehen alle nicht, ne? Hm. Der hier! Ha! Loy, wie geil ist das denn? Das ist ja wie bei einem richtigen. Oh, das soll ich boxen? Oh! Ha! Ich habe es festgehalten. Ich wollte eigentlich Boxtraining machen. Okay, warte. Okay. Aber hier kann ich was mit interagieren. Okay, Rex Q. 120 Oculus. Let's go! Andrea Raycock. Christina Rossi. Christopher bla bla bla. Kann ich damit vorspulen? Nee, das ist ein Voltmeter? Keine Ahnung. Was haben wir noch für Teile? Starlight. Irgendeine Platine. Nochmal Starlight. Und das nochmal Rex Q 120. Was ist das hier? Mami's Mystic Manor. Irgendein Drachending. Da kommt ja nur ein Name. Wow! Du musst das nicht so energisch an dir wegkicken. Kann ich nicht, ne? Was macht das hier? Oh! Kann ich hier was rein tun? Was macht das? Guck mal, da ist ein XLR-Ding. Hm. Oh, hier ist noch was. Ha! Was war... Ach, das war der Automat ganz am Anfang, ne? Den ich hatte. Okay. Dann nehmen wir die goldene Diskette und gucken, was mit der passiert. Ey. Das sieht anders aus als die letzten Dinger, die wir gemacht haben. Streckt er seine Zunge raus? Wow! Alter, das ist so komisch! Ich krieg voll Gänsehaut gerade! Was soll denn? Wow! Alter, ich trau mich gar nicht, mich zu bewegen. Ich kann euch das nicht zeigen, aber ich hab voll Gänsehaut gerade. Holy shit! Sieht das krass aus! Mein Wohnwagen ist weg! Das ist gemein! Alter! Wie cool! Jetzt ist weg! Alle! Okay, das war auf jeden Fall relativ cool. Ich glaube, ihr seid da vorne, oder? Ja, ich glaube, ihr seid hier vorne. Okay, das war auf jeden Fall sehr cool für das erste VR-Experience-Ding. Ihr könnt ja gerne mal Spielevorschläge in die Kommentare schreiben, wenn ihr noch wollt, was wir andere spielen könnten. Natürlich auch zusammen mit dem Peter. Ich, wie gesagt, wir haben schon mal aufgenommen und wir werden wahrscheinlich auch nochmal mit dazu aufnehmen. Ich hoffe, es hat alles mit der Aufnahme geklappt. Und ansonsten würde ich an dieser Stelle sagen, das war es halt von der Oculus-Aufnahme. Wenn man so gefallen hat, lass den Daumen nach oben da. Ja, genauso wie der Typ hier in VR, warte. Da, there we go. Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns von nächstes Mal wieder. Also da rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss!